Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal des Gaubekanal. Willkommen zur heutigen 23. Türschen unseres schönen Ritter-Sportladels eines Kalenders. Viel Spaß! Und da wären wir auch schon zur heutigen Ritter-Sport-Adventskalender. Genau, heute ist das vorletzte Türschen an der Reihe. Heute ist der 23. Türschen, äh, 23. 15. 2015 und deswegen werden wir heute wirklich schon mal das 23. Türschen öffnen. Und wie ihr schon hört, morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, das ging echt schnell. Ähm, ja, wo es ist, ist es hier am Bratnburger Tor. Wer muss es dann öffnen, was ja was drin ist. Okay. Hier ist auch ein Weihnachtsmann drin. Oh, lecker, 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 lecker. Schmecker. So, hier ist noch so ein Hund. Na, hier sind wir uns. Lässt irgendwie auf dem Dach rum. Ja. In schön gelb gehalten, wie ich finde, der Weihnachtsmann. Okay, weiße Vanille. Sehr lecker, auch sehr dick gefühlt, wie ich finde. Was ja, wie es von ihm aussieht, schon weiß, wie, ähm, keine Ahnung, was weiß, ähm. Oh, stimmt. Wie weiß Schokolade. Geil. Das klappt letztes Jahr noch gar nicht, oder? Weiße Vanille, keine Ahnung. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesen 23. Türchen? Morgens Weihnachten! Und ja. Genau, morgen ist es der 24. 12. Morgen ist der große Finale. Ja, kann man sehen, was morgen drin ist. Keine Ahnung. Und ja, dann verabschiede ich mich und sage, ich sage, ich würde es sein bis morgen Nacht zum 24. Türchen und dann ist zick für dieses Jahr. Ja. Ja, dann sage ich, ich würde es sein bis morgen. Ne, bis dann noch wegen dem 23. Türchen und bei Matchdags. Ja. 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 Ja.